Musik So, willkommen zu einer neuen Folge Pechkeks Adventskalender, grausige Weihnachten und wir öffnen heute für euch Türchen Nummer 20, ja, noch vier Tage oder so ähnlich bis Heiligabend und wir sind immer noch gespannt, was die 24 bringt, jetzt erstmal die 20 und ja, einfach die 20, bam, dann sind wir schon so weit Die haben wir nämlich hier oben und da haben wir sie nämlich da mit einer schönen Weihnachtskugel Hey, wieder zwei Stunden draufbleiben für das Sunnail und den Keks raus Quatsch Und auspacken aus dem Tütchen Und schauen wir mal, was wir heute wieder für einen gewissen Grimm-Spruch auf Lager haben Und der Ismo sagt ja immer noch, ich soll die Sprüche alle mal nehmen und da draußen ein Lied machen Auf dem größten Weihnachtsbeat, alle Sprüche zusammenfassen Einmal den Keks öffnen Und der heutige Spruch lautet Du Glückspilz, nicht du, der Kollege neben dir Hm, ja, das fruchtet gar nicht Da ich ja alleine hier stehe Aber kein Problem, weil ich wusste eh schon, dass ich nicht der Glückspilz bin Also keine Sorge, wir werden natürlich wie immer das, äh, den, nicht das, den Keks noch essen Wunderbar, gönnt euch, richtig lecker natürlich Einfach mal was anderes als immer nur Schokolade Und dann sehen wir uns, glaube ich, morgen wieder An Türchen Nummer 21 Ich weiß, ich muss den anderen, den schling ich gleich noch hinterher Aber, das war's von meiner Seite Bis dahin, peace out, bis morgen Peace out, vorhaut, euer Ramses Peace out, 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 peace out